Wie ist die Serie von Serious Games? 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 sozusagen von einem erwartet, also auch relativ häufig, relativ schnell. Das heißt, man fördert natürlich damit automatisch Problemlösungskompetenzen, logisches Denkvermögen, viele andere Metakompetenzen, was einfach damit zusammenhängt, dass Computerspieler ein interaktives Format sind. Zwei Dinge sind ganz besonders wichtig bei Spielen. Sie fördern zum einen, wir nennen es Selbstwirksamkeit. Also sprich, in dem Moment, wo wir interagieren im Spiel, das Feedback-System des Spiels ausnutzen, merken wir, dass wir etwas bewirken können, wenngleich das nur eine virtuelle Welt ist. Aber dieses Bewirken bedeutet auch, dass ich voranschreite und sehe, was das, was ich entscheide, tut im Spiel letzten Endes. Also sprich, in diesem System, in dieser Umgebung. Das führt also zum einen dazu, dass ich mich selbst besser wahrnehme, zu Selbstbewusstsein natürlich, was sehr große Vorteile hat für Lernprozesse insbesondere. Der andere Aspekt ist der der Probehandlung. Das heißt, ich spiele so lange, bis ich etwas beherrsche. Wenn ich nicht gut genug bin, dann werde ich sozusagen auf den Anfang zurückgesetzt. Und diese Probehandlung ermöglicht es mir ebenfalls im Lernkontext natürlich so oft die Dinge zu wiederholen, bis ich ein Meister, ein Experte geworden bin in diesem Kontext. Und insgesamt diese beiden Aspekte führen natürlich auch zu einer Form von Identitätsbildung, weil ich selber selbstreflexiv wahrnehmen kann, wie meine Handlungen verstanden werden können. Was sind die Fähigkeiten, die wir später brauchen, sprich im Berufsleben, im Alltagsleben? Das sind eigentlich Fähigkeiten, angefangen von natürlich gesteigerter Intelligenz, die wir vielleicht eher als Metafähigkeiten bezeichnen würden. Also logisches Denkvermögen, räumliches Vorstellungsvermögen, Handaugenkoordination. Und all solche Dinge, also bis hin zu motorischen Fähigkeiten, sind für das Leben extrem wichtig. Was häufig falsch bewertet wird bei Serious Games, ist, dass wir versuchen, Schulstoff oder so klassische Lernstoff eins zu eins zu übertragen. Also sprich, man kann damit Vokabeln lernen. Man kann auch mit Computerspielen Vokabeln lernen oder andere typische Fähigkeiten, die wir in der Schule oder auch später in der Weiterbildung eingetrichtert bekommen. Aber Spiele haben einen unglaublich großen Vorteil im Vergleich zu anderen Formaten, nämlich den, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, Learning by Doing. Also das Prinzip Feedback-System führt letzten Endes dazu, dass ich eigene Entscheidungen treffe, eigene Bewertungen treffe. Und das wiederum schafft eine viel höhere Kompetenz, die ich auch tatsächlich im Leben anwenden kann. Auswendig lernen, das reine Aneignen von Wissen bringt uns nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und viel wichtiger ist es, dass ich lerne, Probleme zu lösen und meine kognitiven Fähigkeiten auszunutzen.